Hallo, mein Name ist Kurt Jäger und ich würde euch in dem Teaser ein bisschen was erzählen wollen über Agile at Scale, worum geht es da, was ist der Treiber, zum Beispiel Time to Market und was sind Elemente, mit denen man so ein Time to Market Problem im skalierten Umfeld lösen kann, zum Beispiel mit Kann man und Flo und wir werden zu diesen Themen kleine Snippets machen, kleine Tasks machen, die euch das sukzessive erzählen und wenn ihr die gerne verfolgen wollt, werdet ihr unter dem Teaser einen Link finden, einfach draufklicken und dann könnt ihr euch das anschauen.